Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS5. Ihr wisst schon, ca. 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zock der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an! Da sind sie endlich. Samsung hat diese Woche endlich seine neue Samsung Galaxy S23er Reihe vorgestellt. S23 normal, ein Plus und es gibt wieder ein Ultra. Gar nicht so große Sprünge. Natürlich sollen die Kameras wieder besser geworden sein und die Akkulaufzeit. Und ja, gerade beim Ultra, ich bin ja gerade noch dabei, schöner erster Eindruck. Aber leider sind sie auch teurer geworden. Da hat dann vielleicht Carl Pei Ende des Jahres etwas. Der Gründer von Nothing hat jetzt rausgerückt, dass Ende diesen Jahres, also Ende 2023, wird es das nächste Nothing Phone geben. Da munkelt man, diesmal würde es halt nicht so ein Mittelklasse-Gerät werden, sondern vielleicht noch ein bisschen mehr. Wie heißt es heutzutage so schön? Premium. Warten wir mal ab, Ende des Jahres weiß man mehr. Vielleicht sogar nach Google, nach dem Pixel dann immer noch mal ein neues Gerät. Oder vielleicht davor. Glaskugelraten. Was hingegen kein Glaskugelraten mehr ist, sind die Quartals- bzw. Jahreszahlen der großen US-Tech-Konzerne. Google, also Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, also Meta, haben ihre Zahlen vorgelegt und die sind eher enttäuschend. Oder wie heißt es so schön? Hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Naja, nach den Sondergewinnen der letzten Jahre kommt es jetzt eher auf ein normales Niveau wieder zurück. Das ist immer noch jammern auf einem großen Niveau. Die machen immer noch genug Gewinne. Aber wenn man sich das genau anguckt, dann ist es wieder so interessant wie die früheren Jahre auch. Apple, 50% davon, macht inzwischen das iPhone. Auch wenn die Dienstanbietung, Cloud-Streaming-Apps und sowas auch immer wichtiger wird. Aber nach wie vor kann man sagen, Apple ist das iPhone. Bei Amazon ähnlich, auch wenn AWS das eigene Cloud-Geschäft auch immer einen größeren Batzen ausmacht. Das, womit sie in ihrem Hauptumsatz machen, ist halt, Zeug an Leute zu verschicken. Und gar nicht so das Prime und wo sie auch immer dann noch die Abo-Gebühren erhöhen. Meta, Facebook, naja, okay. Da hatten wir eher so die Sache, dass Instagram jetzt auch über den blauen Haken nachdenkt. Und wenn man sich dann Google noch anguckt, fand ich das auch sehr schön, weil Google nach wie vor 80, 85% kommen halt. Über Werbung rein. Google, YouTube, wie sie nicht alle heißen. Werbung, Werbung, Werbung. Das bisschen Cloud-Speicher und was sie da sonst noch anbieten. Naja, vielleicht wird das zukünftige eigene AI-Produkt da was dran ändern. Aber nach wie vor Google gleich Werbung. Und apropos diese Gerüchte um den Instagram-Haken. Jetzt ist Twitter Blue auch bei uns in Deutschland erhältlich. Inzwischen sowohl in den Apps als auch ganz normal im Browser. Wenn man dann auf die Twitter-Seite geht, ist jetzt da Twitter Blue. Kann man monatlich abonnieren oder mit ein bisschen Rabatt dann direkt das ganze Jahr abonnieren. Ich fänge da auch so ein bisschen. Ach ja, ein Hinweis für die Leute, die das dann in den Apps und den App-Stores machen. Da zahlt ihr mehr, weil halt die Abgabe an die App-Store-Betreiber noch fällig wird. Deswegen direkt der Hinweis, wenn man das machen möchte, im Browser selber. Und dann kann man ja mal gucken. Lustigerweise machen sie es bei den Zahlen erstmal ohne Umsatzsteuer im Browser. Naja, ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich sind da so Sachen wie 50% weniger Werbung sehen. Oder dass man wichtig ist, weil seine eigenen Antworten weiter oben angezeigt werden. Über den Pöbel, der sich halt nicht bereit ist, dafür Geld zu zahlen. Ich weiß nicht. Ich selber bin jetzt ein bisschen in der Bedulie, weil ich jahrelang immer getwittert habe. Also Twitter, gib mir eine Edit-Funktion. Ich bin auch bereit, dafür zu bezahlen. Und was machen sie jetzt? Und da ist es. Und wo wir eben Amazon hatten und die Zahlen. Vielleicht würden sie ja mehr verdienen, wenn sie den Mindestbestellwert jetzt doch auf 39 Euro angehoben hätten. Wie ich letzte Woche noch verkündet habe. Rolle rückwärts ist doch nicht. Ich mache einfach keine Meldungen mehr zu Amazon Mindestbestellmengen. Einfach gucken. Und wo ich auch geguckt habe. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr für möglich gehalten. Die Amis verschärfen ihre Sanktionen gegenüber Huawei bzw. Huawei. Bisher war es ja so, sie dürfen keine Google Play-Dienste, keine US-Software mehr benutzen. Da waren sie ja so gekniffen, dass Huawei Cloud, eigenes Smartphone-Geschäft, war ja sowieso schon eigentlich uninteressant. Sie durften Ausfuhrgenehmigungen beantragen und haben dann halt Chips bekommen von Qualcomm. Nur mit 4G-Technologie. Nichts mehr mit 5G-Technologie. Sie konnten problemlos bei Intel Computerchips einkaufen oder bei Microsoft-Lizenzen für Windows. Anscheinend wird das jetzt Ganze verschärft, dass auch 4G-Technologie nicht mehr an Huawei geliefert werden darf. Damit ist das Smartphone-Geschäft komplett weg vom Fenster. Dann spricht man was von Wi-Fi 6 und Wi-Fi 7. Wenn ich das richtig einordne, wäre es das dann noch mit den Intel-Chips. Das heißt, die ganzen Notebooks sind auch weg vom Fenster. Dann sagt der eine oder andere was mit Kopfhörern und Wearables. Gerade bei den Wearables sind ja Prozessoren aus der Schweiz drin. Ich bin mir sehr sicher, dass da auch irgendwo in diesen Produkten was von US-Unternehmen drinsteckt. Und die denken sich dann irgendwas aus, um das auch noch zu sagen. Long story short, es zeichnet sich einfach ab, dass das Konsument-Konsumentengeschäft, alles was wir hier an Elektronik hatten in diesem Kanal, dieses Jahr wahrscheinlich eingestellt wird. Das soll es gewesen sein. Nein, das war es. Die Amis haben damit komplett Huawei im B2C-Bereich platt gemacht. Und damit kommen wir zur Unterhaltung der Woche. Und bei mir ganz gleich, ich habe es endlich geschafft, nochmal komplett an einer Tour durch. Star Trek Picard, die zweite Staffel, hintereinander wegzugucken. Ich wurde bestens unterhalten, wieder zehn Episoden. Es startet so ein bisschen, naja, beziehungsweise es startet gut, dann so zwei, drei Episoden. Und dann steigen Ende wird es immer besser und immer besser. Und die zehnte Episode, mega. Ich habe gequietscht vor Freude. Egal ob schauspielerisch, egal ob grafisch, egal ob von der Musik. Ich wurde bestens unterhalten. Und jetzt kann ich kaum abwarten. Es wird ja auch noch eine dritte und letzte Staffel von Star Trek Picard geben. Das Ganze läuft ja bei uns auf Amazon Prime. Ganz, ganz klar, die Trackies haben schon längst geguckt. Aber ich habe mich gefreut, das jetzt in einer Tour durchzugucken. Und nochmal das Finale, einfach, einfach schön. Und wenn wir sowieso schon bei, naja, Robotern sind, die uns was befehligen. Bender aus Futurama und erinnert uns alle, ausreichend zu trinken. So, und das soll es gewesen sein mit Fountiers 5, Folge 586. Ist vorbei. Euch allen einen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da sind sie endlich. Samsung hat diese Woche endlich seine... Da sind sie endlich. Da sind sie endlich.